Alles klar Na Taro lädt jetzt hier auch ab wahrscheinlich gleich Hier in dem Haus drin, hier direkt im ersten Mal reinschießen können Da oben ist er, hast du gesehen? Oh zwei sogar Ey ich hab doch reingetroffen, eins Ist er runter gerannt, meinst du? Da hinten raus also Fahren weiter, da? Hat da irgendwas runter gerannt Dann mit den EV-Riven oder so Grat So hier muss auf jeden Fall überall irgendwie alles voll sein wahrscheinlich Ich fahr vorne dann kurz vorm Turm rechts Hier aus allen Porenquellen hier Also jetzt halt Oh Gott Eigene Bombe Oh Gott, irgendwas schießt ab uns? Link Ich weiß nicht von wo Ich weiß nicht, aber vielleicht von links Ja ja Egal wir fahren einfach jetzt hier weiter Kommt ein Heli angeflogen oder? Oh hoffentlich landet der Warte mal, wir verstecken uns mal Oh und Umsicherung Ja 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 Ihr wirst wahrscheinlich wenig sehen grad Oh Gott, schießt der links jetzt die Viper drauf? Ja, ist down Oh man Ich wurde rausgesniped Im Ernst? Wie das denn? Ey irgendwelche Verfi- irgendwelche blöden Cheater sind hier drauf Das geht gar nicht Ich mein selbst wenn ich da stehe Ich weiß nicht wie, mach einfach mal Rauch raus oder so und dann Wieso bin ich jetzt raus? Weiß ich nicht, Malte einmal Rauch raus am besten, wenn du kannst Okay, ich mach Revived Okay WTF ey Unglaublich, da schießt immer noch jemand, pass auf Ja, nicht auf Fahrer gehen Am besten sogar Schütze, ne? Guckzeitig, wenn es noch okay ist das Geschütze So Jetzt gehts auch gleich weiter Jo, ich bin als Fahrer glaub ich wieder drin, ja Gehe auf Passagier Wart Rakete? Irgendjemand wurde wieder gedaunt Nee, hä? Ich bin bei mir selber noch als tot angezeigt gewesen, ist auch klar Seid alle drin? Okay Da ist Kommandant drin, ich gehe auf Passagier Okay Okay So genau, einmal Du bist Freibar unterwegs, oder was? Keine Ahnung Ja, keine Ahnung Mir wird nicht mal ein Todesanzeiger angezeigt, also das kann nur irgendwas mit Cheaten sein, oder so Weil ich ein Player Delivered grad bekommen Ja, na, Schüsse Ey Malte, mach mal nen Tausch wieder bitte Einmal Ich hoffe, ihr habt noch genug Schuss 19 Schuss noch Ja, Schüsse Hast du Rauch angezeigt, Malte? Ich habe dieses blöde nachgefragt, das sind voll nervig Danke Ein, okay, alles klar Wir fahren wieder rechts lang Hier links war einer Okay Gerade zu, es war das A Tote Ja Wir fahren mal da lang Oh Gott Ich höre ganze Zeit auch Unterlaufgranatenwerfer hier überall Oh Gott Hier ist immer super gefährlich Hier ist immer super gefährlich Ja Ich fahr ein bisschen schneller, mal kurz Ja, die warten halt immer die Seelen, die hören's dann und fahren hinter die Türen und so Oh Gott Oh, wieder getroffen Ja, alles gut Hehehe Okay, ich mach gleich 180 Grad nach dem Haus Lecks Na, keine Ahnung Das sind quasi hier nach dem Kack Hoffentlich, hoffentlich gewinnen wir das, naja, es wird ja auch mal Zeit werden Guck Ja, Lecks Hier sehe ich aber nichts Ne Ich höre die ganze Zeit auch was Links als hinter der Mauer Ja Gerade zu, jetzt an der Mauer Ja Okay Schießt sich so viele, oder ist das lag? Genailed Weiß nicht Drück einmal und der schießt so zwölfmal oder so Okay Hier links, ne, das war einer von uns Rechts ist ein Toter Das kann irgendwie auszusteigen hier Na, ich Hehehe Könnte halt Deckung geben, aber Jetzt selber so hier, ne, aussteigen ist glaub ich blöd Oben auf 3 sagt er Ey, vorn raus, auf der Straße Hey, stopp Okay Dieuchticki Um, dum 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 blessings Das ist irgendwie so ein Lag-Bug oder so, das ist halt wenn ich einmal Schieße Distgründ falt viele Raketen rauslassen Okay believes sind Dass ich es will Ist doch komisch Ich drück einmal und dann schießt er Wie so ein Trommelfeuer Hast du vielleicht mit dem Aufnahme aus so ein Doppelklick oder so ein Dreifahrklick oder sowas und wie Er Essek Ich weiß nicht ob das Ich weiss nicht, ob das Manche Mäuse haben dessa Nein. Armee du. Ja, ich bin auch wieder da. Willkommen zurück. Okay. Hier hört man auch immer alles im Hintergrund dazu. Das ist zu geil. Wir fahren jetzt hier so quer rechts. Das können wir ja alles hören. Das ist halt so. Die beste Frames habe ich jetzt hier auch nicht. Aber guck mal wie viele Spieler drauf sind tatsächlich. Also es geht zumindest. Ich kann jetzt einigermaßen springen. Ähm, du musst auch nicht mal auf 16k haben, ne? Wenn du noch eingestört haben solltest. Ne, hab ich auch nicht. Draußen hab ich max. Ey, auf 12 meine ich. Wir fahren links. Jetzt hab ich den Laserpointer grad gesehen. Ist das von der Hand oder was? Ja, manchmal Laserpointer, manchmal ist es auch dieser komische Punkt. Ne, das ist ein Laserpointer, der ist bisschen dicker. Kommt hier was von blau? Ne. Okay, dann dreh ich gleich wieder. So, ladet ihr mich wieder ein? Du bist doch eingeladen oder nicht? Äh, cool. Ich hab jetzt runtergegangen. Ja, na ja. F- Anstensport Nils hat mich eingeladen. Habe ich ja noch nicht. Ich fang nochmal mal. Ich müsste mich nochmal einladen. Ich hab einen eingeladen. Ne. Ich fang nochmal neu, vielleicht. Was mach ich denn? 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 Konzer zu uns mit einem 2 MGMG kommen dann. Seit wo? Äh. Warte noch zu dritt halt an einem 1 MGMG. Okay. Dann können wir nicht mehr ein 2 MGMG schnappen. Verweckst du oder war's? Ja, ich bin halt noch nicht in der Gruppe. Was schießt hier die ganze Zeit? Auf 3,80. 3,60 war... Bunkletz mich gleich nochmal. Hab mich doch eingeladen. Nein, bei mir ist nix. Ja, das ist halt die Gruppe kaputt. Die Gruppe wieder auflösen. Ich bin da mal ganz Schütze. Bundenborn Nils. Das hätte mich eingeladen. Und ich dachte grad schon irgendwie so, dass ich den Taro nicht mehr... Es sind ja noch Rotor im Weg. Einfach nochmal die Gruppe halt neu aufmachen. Würde ich jetzt sozusagen... Fahre ich mal kurz ein bisschen safe. Major Cobra, Castle Invite. Major Cobra, Invite. Ja, es kann sein, dass es verbuggt ist, weil er wieder reconnectet ist. Am besten die Gruppe nochmal komplett neu. Ja, ich hab wieder nix. Was? Reconnected? Hat bloß gekickt wegen Idling wahrscheinlich. Ja. Aufkauzelung. Ey, ich hab das Geld für Tigris, hätte ich ja Tigris genommen. Und dann... Also Position, aber... So, ich hab Frank nochmal angenommen. Ey, jetzt hab ich jemand. Ja, das ist halt n Bug. Ich fahr mal rechts lang und guck mal, ob hier irgendwelche gelandet sind vielleicht oder so. Hm... Manchmal landen wir... Da sind tatsächlich blau die meisten, ne? Grün haben wir jetzt echt gut abgefrühstückt hier. Nein, blau müsste eigentlich hier irgendwo sein. Wir müssen hier sich irgendwo überall rumtreiben. Ne, das ist grün. Blau ist hinten. Echt? Bei der Bucht. Ach stimmt, ja, ja. Oh Gott. Shit. Ich bin gleich bei euch. Ja. Wenn ich jetzt nichts mitnehme. Hier ist ne Strider links. Ja. Ja. Ich bin gleich mal am Schuss. Ja, ja. Mir ist egal. Ist das n Efrit? Efrit, ja. Oh, stopp! Stopp! Ey! Ja. 20 Schuss! Was ist das los? Seid ihr alle tot, oder? Ne, 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 ne. Ich bin fast bei euch. Wenn Frank einmal die Maus drückt, dann kommen wir immer irgendwie 20 Schuss raus. Alter. Ja, ich bin sofort bei euch. Bin jetzt auf eurer Straße, dann sind wir schon. Okay. Ja, aber wir treffen uns dann außerhalb der Blau da. Ja, okay. Ja, ich fahr' jetzt direkt hinterher. Aber mit 80 durch die Stadt gerade. Wenn wir nicht mehr so weit sind, dann sind wir nicht mehr so weit. Ich weiß gar nicht, ob ich bin. Oh Gott. Targeted. Ja. Hier rechts. Bin da. Bei 2,20. Wenn du Angst hast, den Schuss. Okay. Dann machen wir einmal den Tausch. Wer soll wohin gehen? Ne, wir machen nur so wie vorhin. Achso, soll ich raus? Achso. Okay, dann muss ich jetzt nach Hause fahren, Malte. Ich fahr' jetzt einmal, wenn wir weiter werden. Hallo, na Hause bitte. Du hast das Wheel gelb gemacht? Was? Ja, Entschuldigung. Alles klar. Malte? Ist Malte da? Weiß nicht. Nicht, dass er jetzt auch weg ist. Oh man, dass die Leute immer... Äh, ist ja da. Er fährt hier. So, guck mal. Jetzt hab ich heute auch richtig Legs. Also bei mir geht's eigentlich. Ja. Ja, so als Gana. Alter, fährt auch sich einen zusammen hier. Das ist der Wahnsinn. Fahrt hier in den Compound rein. Fahrt hier bei den Bäumen dahinter, dann macht er euch heil. Gucken hier ein bisschen bei euch. Weiter, hast du Repair? Kannst du Repairn? Ja, bringt's, oder? Angie, oder? Ich weiß, ich glaub schon. Er ist ausgestiegen auf jeden Fall. Ich wundere, wir fahren im Kreis erstmal um die rum jetzt gerade. Ja, ja, ist ja okay. Besten, die ich den Strider kaputt machen. War teuer. Sagt der, der den Reifen schon kaputt gemacht hat, weißt du? Bestes ist gar nicht kaputt, wir fahren noch. Ja, ja, alles Gute. Ich bin ein guter Mechaniker. Hat nur einen langen Nagel durch den Reifen. Ich muss, okay. Du bist so nackt, Malte. Geh rein und geh ins Schütze. Ein Anzeigefehler, glaube ich, oder? Also bei mir war, glaub ich, auch gerade nackt, so wie ich gesehen habe. Da gericht schon Bagger hin, ja. So eine Infanterie. Ja, die sollen nicht so nah kommen hier. Da drinnen, oder? Ja. Guck mal, das Fenster. Warte, das Fenster hier. Vielleicht geht das Haus kaputt. Nein, nein, nein. Wo sind wir denn hier? Bei irgendeinem komischen Compound. Wollen wir mal kurz den Prozess machen? Warte mal. Oh, ich hab keine Waffen mehr. Lol. Ähm. Guckst du? Ich guck mal. Ich kann nicht in den Symentar. Scheiße. Warte. Ich geh mal kurz auf die andere Seite. Hab ich in den Symentar? Hab ich in den Symentar? Oh, ich wurde erschossen. Das war doof auszusteigen. Links, jetzt muss noch einer kommen. In die Schnauze rein, Bandame. Hast du den erwischt? Ja. Jetzt musst du aber aufpassen, weil jetzt kommt der Kollege sonst nicht hier raus. Der wird vertrof auszusteigen ohne Waffe. Ich lieg aber auch jetzt breit bei nicht grad da. Hm. Ich guck mal was. Der würde ich jetzt schon gleich holen, oder? Äh, kann ich dann, wenn Sky was? Ich hab grad nicht gelesen. Richtig? Muss ich nochmal gucken? Ja, ist nicht für dich. Kann ich, wenn du das gar nicht... Wenn hier hinten sind, neue Waffen. Ach so, ja. Ja, dat kannst du bestimmt, meinsther. Oh, fuck. Alles gut. Aber, äh, Rahim über 100 Meter. Ja, gut, das war eine Erbrennung. Aber die Tür war gerade aufgegangen. Ich stand immer so, nein, scheiße, nein, 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 nein. Und dann kam die Rahim. Ich dachte, häng mir meine Waffen noch dabei. Ich muss unbedingt mal jetzt den Launcher wegtun. Ich brauch wieder mal meine richtigen Settings hier. So, äh, das hier mal rein. Oh, da kommt der Jump. Wie Jump?